Die haben alles neu asfaltiert, alles neu asfaltiert. Aber schön geworden, ne? Na, so kalt wird es nicht wärmer. 20 Grad, da gibt es schon mal die Zeit warm. Alles neu. Haben schon gesamte Thäne. Und da ist die ganze Seite. Die Mauer haben sie jetzt gemacht, aber... Das war jetzt schön zu fahren. Das machen wir für drei Wochen. Jetzt bewegt sich das Ziel auf der Rechenseite. Ja, das ist schon gar nicht. Ja, das kenne ich aber keinen Freien. Deswegen muss ich eigentlich natürlich nicht in diesen Power-Flau. Ja, da bleibt ich nicht auf. Ja, da bleibt einfach davon. Ja. Besser informiert. Aus Bayern, Deutschland und der Welt. Antenne Bayern Nachrichten. Ja. Mit Tanja Nova um 10 Uhr. Grüß Gott. Geht ein. Danke. Und das kann so nicht sein. Das kann, das kann...